Unter dem Motto Chancen für Jung und Alt findet vom 13. bis 16. Juni 2007 eine Messe des Amtes für Soziale Integration im Alessian-Darm statt. An zahlreichen Ständen können sich Interessierte über ein starkes und gemeinsames Miteinander von Jung und Alt informieren. Hilfsmittel für den Alltag werden ebenso präsentiert wie das Mehrgenerationenhaus Outlaw und ein Internetcafé. Besondere Aufmerksamkeit errichtet bei der Ausstellungseröffnung der Age Explorer. Dieser spezielle Anzug simuliert das Empfinden eines 70-jährigen Menschen. Ja, man sagt ja immer so schön, was man nicht selbst erlebt hat, das kann man auch nicht nachvollziehen. Und in diesem Fall ist es einfach so, Herr Berges hat jetzt dafür gesorgt, dass ich mal einmal in die Rolle eines etwas älteren Menschen komme, damit wir bei unseren Veranstaltungen, die wir vom Stadtmarketing organisieren, dann auch mal auf diese Belange Rücksicht nehmen. Und ich muss ehrlich sagen, jetzt wo ich das einmal erlebt habe, wie schwer es allein schon ist, Rolltreppen zu fahren, man muss nämlich ganz genau gucken, wo die Stufe ist, die da kommt, habe ich schon etwas mehr Verständnis für die Sorgen und Nöte, die Herr Berges immer an mich heranträgt.